Hier haben wir unser Tipp des Tages. An seiner Stelle würde ich mich schämen, ohne eine Leistung so viel Kohle zu nehmen. Wir wollen ja keinen Namen nennen, doch fast jeder wird ihn kennen. Schussbaum trug auf allen Kanälen, wollen jetzt alle den Michel quälen. Wollte der König die Damen auf Socken. Lisa, viele finden dich scheiße. Es dauerte nicht lang und es zog seine Kreise. Hast du es nötig? Wegen dieser Aachen. Wir spielen die We-We-We-We-We-We-We-Musik. Und ist bekannt nun fast aller Munde. RTL-Bild und andere berichten, wollen die den Michel jetzt alle vernichten. Es wäre das alles noch nicht genug. Berichte Bild schon wieder von Betrug. Der Verkauf deines Pferdes ist da was faul. Der Hengst war wohl eher ein Klappergaul. War bei der Wahrheit konsequent oder bist du insolvent? Mal dieser Pleite! Schussbaum trug auf allen Kanälen, wollen jetzt alle den Michel quälen. Wollte der König die Damen auf Socken. Rufe, 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 Rufe. Lisa, viele finden dich scheiße. Es dauerte nicht lang und es zog seine Kreise. Hast du es nötig? Wegen dieser Parken. Herzlichen Glückwunsch, du hast den richtigen Sender gefunden. Hier spielen deine Hits non-stop. Ich bedenke bei dem ganzen Shit, landest du sicher keinen weiteren Hit. Lieb euch, ich habe nichts ohne meine Pans. Ich bin so geil, ich bin die geilste Sau der Welt. Lieb euch. Der Slipstorm trug auf allen Kanälen, wollen jetzt alle den Michael quälen. Wollte der König, die Damen abzocken. Lieb euch. Nicht lang, viele finden dich scheiße, es dauerte nicht lang und es zog seine Kreise. Hast du es nötig, wegen dieser Paarocke, bin die geilste Sau der Welt. Slipstorm trug auf allen Kanälen, wollen jetzt alle den Michael quälen. Wollte der König, die Damen abzocken. Ich bin so geil, ich bin die geilste Sau der Welt. Nicht lang, viele finden dich scheiße, es dauerte nicht lang und es zog seine Kreise. Hast du es nötig, wegen dieser Paarocke, das kann ich gar nicht verstehen. Das waren doch gar keine Fans.